Die Ausstellungstipps, ein Podcast von B5 Aktuell. Das Streben nach Ausdruck, nach Überwindung der rein abbildenden Darstellung war allen Avantgarde-Künstlern der Moderne gemein. Die Wege zu diesem Ziel aber waren sehr unterschiedlich. Basili Kandinsky ging in die Abstraktion, Franz Marc machte Tiere zum Träger des Ausdrucks. Erich Heckel aber ging mit Formen und Farben menschlicher Körper und Gesichter bis ans Äußerste des Darstellbaren. Zu sehen ist das derzeit in einer großen Ausstellung im Franz-Marc-Museum in Kochel, das rund 80 Werke des Expressionisten besitzt, Landschaften, Cafészenen und vor allem Akte. Museumsdirektorin Katrin Kling-Söller-Roy. Die Gesichtszüge werden nur angedeutet, die Augen durch zwei kleine Striche, der Mund durch einen Strich, die Arme und die Beine sind eigentlich mehr dazu da, die Haltung der Figur zu charakterisieren, als dass Heckel sehr stark darauf achten würde, die Finger im Einzelnen zu zeichnen oder die genauen Proportionen einzuhalten. Es ist ein Stil, der auf Ausdruck ausgerichtet ist. Franz Mark nannte Heckels Kunst versteckt mit einem frommen, tiefen Sinn. Er hatte die Tiefe hinter der Fassade aus kraftvollen und ausdrucksstarken Formen erkannt. Erich Heckel, der poetische Expressionist. Bis 19. Mai im Franz-Marc-Museum in Kochel. Bleich ist sein Körper, fast schneeweiß, wie von einem Scheinwerferlicht angestrahlt. Vorsichtig legen die Jünger den Leichnam Christi ins Grab hinab. Seine Haut, die Wundmale, die schmutzigen Fußsohlen, alles ist hyperrealistisch gemalt und zeigt den Sohn Gottes ganz als Menschen. Caravaggios Grablegung Christi ist das Hauptwerk der aktuellen Sonderausstellung in der Alten Pinakothek in München. Es ist eine Leihgabe des Vatikan, denn München besitzt selbst kein einziges Werk des italienischen Malers. Kurator Bernd Ebert Sie können mir glauben, es war ein bewegender Moment, als die Grablegung Caravaggios das Südportal der Alten Pinakothek in einer Ferrari-roten Kiste durchfahren ist. Das war ein schon erhebender Moment, ein solches Schlüsselwerk der Kunstgeschichte hier in der Alten Pinakothek zeigen zu können. Nur noch bis 19. Mai ist das Gemälde in München zu sehen. Der Rest der Ausstellung geht aber noch weiter. Insgesamt 17 Künstler aus dem Umfeld Caravaggios sind zu sehen. Niederländer, Franzosen, Italiener und Spanier, die sich alle von dem neuartigen Realismus, der Dramatik und dem mysteriösen Licht des Malers anstecken ließen und als Caravaggisten bezeichnet werden. Utrecht, Caravaggio und Europa bis 21. Juli in der Alten Pinakothek in München. Sein Name ging im Bauhaus-Jubiläumsjahr bisher etwas unter. Dabei war Oskar Schlemmer einer der wichtigsten Lehrer der Schule und überhaupt einer der bedeutendsten Künstler der Moderne. Das Herzogliche Museum Gotha auf Schloss Friedenstein widmet dem Maler, Bildhauer und Bühnenbildner nun eine umfangreiche Einzelausstellung. Der Schwerpunkt liegt auf den 20er und 30er Jahren, also auf seiner Zeit am Bauhaus in Weimar und Dessau, wo er vor allem für Tanz, Bühnenbild und Wandgestaltung verantwortlich war. Oskar Schlemmer, das Bauhaus und der Weg in die Moderne. Bis 28. Juli im Herzoglichen Museum auf Schloss Friedenstein im thüringischen Gotha.